Auf was freut sie sich am meisten? Auf das Haus zu schlafen. Wissen Sie recht, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird ein Server Room. Alles Gute zur Pensionierung! Wow! Eine Kreuzfahrt! Das ist super! Guten Morgen! Alles. Aber jetzt machen wir 50-50 im Haushalt. Man kann doch eine Putzfrau anstellen. Jetzt musst du mithelfen. Ich habe gerade geschafft. Auf dieser Reise könnten wir uns ein bisschen näher kommen. Das ist ein bisschen schlecht. Wir sind doch nahe. Die ganze Zeit sind wir nahe. Peter? Du redest schon mehr mit Heinz als mit mir. Bleibst du noch? Ich bin erst 65, ich bin noch nicht 90. Gute Nacht! Gute Nacht! Du kriegst mich nicht mehr sexy. Ein paar Schmuse reden nach 40 Jahren sicher auch nicht mehr so viel. Weisst du alles? Bist du es? Wir haben das Rettand? Ja, ich schaff dir in Zeit. Ich schaff dir nach! Ich schaff dir nicht! Nein! Wir werden es halt nichts für Freiglinge. Du willst doch Amt heuer. Wir sind 42 Jahre alt. Das gehst du doch jetzt nicht einfach auf. Was machen wir jetzt? Und überhaupt, seit ich pensioniert sind, sind die irgendwie so gaga. Jetzt reissen die euch einfach zusammen.